Jo Leute, was geht ab, euer Beats, heißt es euch recht herzlich willkommen zu Lucky Loot gegen Dr. Benson. Hallöchen Leute. Moin, 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 moin. Wir sind heute auf dem, Name lautet, Buri, Al-Ala, ich hab keine Ahnung, ich will es nicht falsch aussprechen Leute, ich zeig's euch mal ganz kurz. Also es ist quasi dieses bekannte Hotel, was jeder kennt und ja, es ist riesig, es ist riesengroß. Heute werden wir hier ein Lucky Loot-OP-Battle veranstalten, lieber Dr. Banks. Ich wünsche dir viel Glück, wir sind heute übrigens als Superman unterwegs. Weitere Skin-Vorschläge, die ich in den nächsten Folgen benutzen soll, in die Kommentare. Daumen nach oben, nicht vergessen. Ein Dr. Banks-Skin. Nein, lieber nicht. Schade. Viel Spaß. Wir haben alles eingeordnet Leute, so jetzt begeben wir uns einfach mal, du hast die rechte Chests zu den Anfangs-Chests, genau. So, wir nehmen hier unseren Anfangs-Stuff raus und dann würde ich sagen, looten wir auch schon. Du musst auf der Seite beginnen. Aua, ich bin gleich tot. 1-0 Leute. GG. So Leute, wir looten und noch eine ganz kurze Sache Leute, wir haben schon einige eigene Lucky Blöcke in Planung und so. Da gibt es ja bis jetzt nur diese Beats in meiner Kollektion und ja, ich glaube der Ben hat schon ein paar mehrere, aber wir haben ein paar Planungen, ein paar coole. Deswegen könnt ihr generell noch Ideen für sowas in die Kommentare schreiben oder einfach generell welche, die es schon gibt, die wir in den nächsten Folgen noch benutzen können. So, ich nehme links und habe zwei Ender Lucky Blöcke, schade. Ich nehme rechts und habe fünf Ender Leute, so was das ist. Ich spüre heute wird das, ich spüre heute wird das ein Full-Sieg hier mit komplett immer richtiges. Also ich habe beim zweiten fünf und du? Rechts. Oh, nochmal fünf. Okay, ich glaube du hast die Rechts-Taktik genommen. Mal rechts, rechts. Jawohl. Ich glaube du hast die Rechts-Taktik. Nee, ich glaube du hast jetzt links. Nein, hätte ich doch mal rechts durchgezogen. So, ich bleibe wieder bei rechts. Ach, schade, nur zwei Phantasia, Mann. Ja, fünf Phantasia. Wir haben jetzt vier Stück gelootet. Jetzt sind wir bei der Fünf. Lecker, 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 lecker. Jetzt schattest du mal, hallo. Komm. Äh, links. Nein, noch zwei Shades. Ja, und ich glaube du hast jetzt links durchgezogen, weil rechts hier ist so eine Lücke, weißt du? Da dachtest du, ah, so lange hier stehen, nee. Jawohl. Shades hat die Lücke. So sind wir. Fünf Stück. Oh, geil. Okay, ähm, ich nehme rechts. Nee, ich nehme links. Jawohl, nochmal richtig umentschieden. Und du bist bei links geblieben. Ja, huu, Rainbow, fünf Stück. Du hast hier irgendwie so mit einer Lücke eingeordnet, da hatte ich kurz überlegt. Okay, beim nächsten. Ah, nee, du bist beim Rainbow. Nee, Rainbow hast du schon. Ich hab Rainbow, ja. Du bist beim siebten, genau. Rechts. Jawohl. Du bist bei links geblieben. Nein, nur zwei Galaxy Lucky Bellen. Mein Inventar ist schon fast voll. Du hast einen Rucksack, Ben. Ich habe erst einmal falsch, glaube ich, ne? Du hast einen Rucksack, Ben. Ja, stimmt. Nein, zweimal abgelogen. Aber ich dachte gerade. Und rechts. Jawohl. Fünf. Links. Ah, schade. So, jetzt füllen wir mal unseren Rucksack. Genau. So, jetzt kommt der letzte. Das sind die The Beats. Lucky Blöcke, Ben. Du startest. Ich wünsche dir... Rechts. Ah, zwei Schaden. Okay, ich nehme links und habe fünf. Jawohl. Jawohl, jawohl. Aber die sind mir eh egal, ne? Ja, ja, ja. Die hatten wir lange nicht mehr. Deswegen dachte ich mir mal heute wieder. So, jetzt öffnen wir diese Chest hier. Hier ist ein B und ein Z. Das ist egal. Hey. Ich bin jetzt nur einmal. Sie hatten die Beats noch zu behalten. Komm. Okay, jetzt haben wir hier unten da noch eine Chest. Die sieht man jetzt gerade nicht. Die wird noch nicht gespawnt. Allerdings ist da unten eine Chest. Und wir müssen jetzt runterspringen. Und ja, der, der als erstes diesen... Was? Boah, guck mal, wie tief das ist. Wie lang das fällt. Ja, ich sehe es gar nicht mehr. So tief ist das schon. Okay, der als erstes diesen MLG schafft, der kann die Kiste looten, wenn wir es beide schaffen. Ja, ist die Zeit. Ey. Oha. Oha. Nein. Hey, meine rechte Maustaste hat nicht funktioniert. Ja, ja, verdient. So, jetzt habe ich hier alles gelootet. Oh nein, meine Kiste. Hä, wirklich? Also, du kannst nur was suchen, wenn ich es jetzt schaffst. Mann. Als ob ich das so reif... Oh, jetzt habe ich kein Wasser mehr. Jetzt kann ich hier reinspringen. Wee. Na, danke, du Arschloch. Okay, komm, ich mache es auf hier. So, allerdings loote ich jetzt nochmal schnell die Dinge. Jetzt nicht, dass du irgendwas bekommst. So, wunderbar. Okay, wir könnten jetzt eigentlich mal... Ja, hier ist eigentlich nur Wasser außenrum. Das habe ich tatsächlich platziert. Da war gar kein Wasser. Ähm, ich fange an hier. Ne, wir können uns hier drin battlen und looten dann, äh, looten auf einer anderen Plattform. Oh, Schutz godly. Hm. Alter, ich bin gerade mal jetzt hier wieder... Ich fange jetzt erst an und du bist schon fertig mit dem... Ja. So, let's go. Erste Potion am Start. Oh, ich sehe schon bei dir, das ist keine Nennersterne, oder? Was war das für ein Drop? Ne, wahrscheinlich nur so Schwämme oder... Ender-Portal-Rahmen. Strengthening Lucky Potion und ne OP Lucky Potion. Okay. Was war das für ein Lucky Block? Ich weiß es gar nicht. Ich würde mal interessieren, was diese Phantasier-Werkbank kann. Kann die irgendwas? Also besonders? War das die? Ne. Ne, das ist die. Oh, ich habe ne God-Chessplate. Die ist cool. Hm, God-Chessplate. Man kann einfach nur ein Handwerk benutzen. Yo, wie low. Wahrscheinlich kannst du da irgendwie... Du legst da ein Holz rein, kriegst das ist ein Mega-OP-God-Sword. Ne, wahrscheinlich kriegst du die Sachen doppelt, oder so, kann ich mir vorstellen. Meinst du? Probier mal was. Das ist kein Iron... Alter, das wäre ja übelst OP, wenn du dir Pizza-Craft-Pizza mafst. Aber ich habe einen anderen geilen Bug gefunden. Ja, was denn? LOL! Was? Wieder nur ein... Was musst du reinlegen? Abbauen! Abbauen! Nein! Nein! Bau die Kiste ab! Mann! Hey! Wie hast du das denn gemacht? Alter, ich habe Verbrennung eine Million, ey. Was ist das für ein Schwert? Was? Das ist das Endium-Sword. Verbrennung zwei. Radioactive 4. Das habe ich jetzt gerade erst rausbekommen. So, nächster Olymp Lucky Block. Oh, was ist das für eine Chestblade? Eine Zeus Chestblade. Die kenne ich tatsächlich nicht. Und zerstörbar. Und gibt einem 5 Balken und Eile. Okay, das ist cool. Alter, das muss Verbrennung 100 sein oder so. Eine 2, Ben. Oh, Lucky Bomb. Na, niemals ist das nur 2. Ja, wow. Danke dafür. Ich habe überlebt. Als ob. So, mit einem halben Herz. Ich hatte vorher schon ein halbes Herz. Als ob ich den nicht abgezogen habe damit. Guck mal, wie schnell ich Schaden kriege. Dumm, 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 dumm. Ich habe einen Kappa-Helmet rausbekommen. Helmet of Ultimate Desire. Ja, wer kennt ihn nicht? Den Kappa-Helmet. So, und ein Brunnen. Ich komme noch Pizzen raus. Ne, aber goldene Äpfel. Ben kann sich immer noch nicht bewegen. 2, 1. Ja, boah, ich bin back. Und jetzt kommt ein TNT-Drop, ich bin tot. Ja, safe. Alter, Rüstung läuft schon mal jetzt. Boah, Schwert tatsächlich auch. Aber ein krasses Schwert wäre noch schlecht. Eine Artemis-Leggings. Kennst du die? Oh, Y-Long. Artemis? Kennst du Artemis? Die ist gleich gut von den Rüstungswerten, aber gibt uns Unsichtbarkeit. LOL. Das heißt, ja, okay, aber das Ding ist, guck mal, ich bin jetzt unsichtbar, aber du hieß meine Hose noch. Meine Hose. Siehst du mich? Ja, oh, nein, nein, ich bin tot. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, Ben. Das Ding gibt Eide 4, Mann. Das ist voll heftig, glaube ich. Ich habe leider nur 8, damit. Ich schlage, wie das auszieht. Das sind einfach so einzelne Pixel oder so in der Luft. Siehst du das? Ja, das Geile ist. Weißt du, was ich noch sehe? Hier oben eine Portion, die du dich eingesammelt hast. Nein! Nein! Hä? Ich bin darüber gelaufen. Was? Oh, Mann. Das gibt es doch nicht. Oh, ich bin auch unsichtbar. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ich die übersehen habe. Das gibt es doch nicht. Oh, ich habe einen Creeper-Lucky-Bauer bekommen. Leider keine Pfeile, deshalb bringt mir das rein gar nichts. So, Phantasial-Lucky-Block und, oh, eine Chainsaw. LOL. Hä? Was? Was? Ich stand unsichtbar genau vor dir. Ich wollte gerade sagen, die hat voll die komische Textur. Aber 2,3 bis die andere starten, nicht schlecht. Okay, Lucky-Boe-Creeper. Oh mein Gott, das ist echt lustig. So, ich habe 2 Creeper-Lucky-Bows. Oh Mann, beide Lack 0 und immer noch keine Pfeile dazu. Sehr, sehr bitter. Eine Flash-Potion. Feel like Usain Bolt. LOL. Ich habe eine Usain Bolt-Potion, Ben. Die wird ziemlich schnell sein, vermutlich. Ja, wahrscheinlich. Creeper-Potion, auch nicht schlecht. Aber was bringt die überhaupt? Die Creeper-Potion? Die? Eile, Direktheilung, Resistenz, Feuerschutz. Ja, so eine Standard-Potion, würde ich sagen. Oh, du hast den Archer Schiff. Der ist auch in jeder Folge dabei, ne? So, je schneller. Den ist Verlass, ey. Dias, ja, auch den ist Verlass. Der joint jedes Mal. Alter, wir haben so viele Äpfel und so viele Dias. Nicht mehr normal. Okay, so, da waren sie. Die Pfeile. Wunderbar, immerhin. Also werde ich jetzt nicht brauchen, weil ich habe keine guten Bögen oder so am Start. Deswegen ist es eigentlich egal. Aber immerhin Pfeile. Vielleicht kriegen wir ja noch was. Was ist das denn für ein Drop? Positive Effects on Player. Was? Attack an Mobs, aber an negative Effekte. Ja. Sieht mega komisch aus. Hä? Keine Ahnung, was das ist. Großer gelber Rucksack. Alter, haben wir noch viele Lucky Block hier drin. Läuft bei uns. Und noch mehr goldene Äpfel. The Beats Lucky Block. Zwei, eine Lucky Pickaxe und eine Lucky Shovel. Ah, brauchen wir nicht. So, dann hier nochmal ein bisschen Dia-Rüstung. Können wir uns anziehen. Brauchen wir allerdings, glaube ich, tatsächlich gar nicht. Die God Chestbait. Können die noch anziehen. Also, da darf ich mich jetzt nicht vertun oder so später. Muss ich aufpassen. Deswegen werfe ich die Chestbait mal weg. Oh, und wir haben einen The Beats Helmet. Bringt der mehr an Rüstungspunkten? Fertig. Nee, doch nicht. Nee. So. Oh, der bringt viel mehr an Rüstungspunkten. Aber, ja doch. Der Kappa Helmet hat da Schutz X. Aber ich glaube, unser Beats Helmet ist tatsächlich besser. Oh, was war das? Hast du dein Ding schön mit einem Feuerwerk beendet? Ja, so muss das. So. Und The Beats ist Easy Potion. Wir kennen nur die Banks ist Easy. Nee, warte mal. The Beats ist Easy. Nee, ich glaube, nee. Weiß ich gar nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es immer noch... Also, der Beats Lucky Block heute... Was? Ein nicees Schwert ist mir aber gar nicht aufgefallen. Haha. Da brauche ich ja das packte Schwert gar nicht. Der Beats Lucky Block hat nicht viele Drops. Natürlich nicht. Aber er hat wirklich noch ein paar Drops, die wir noch gar nicht kennen. Also, da habe ich ehrlich gesagt nicht geglaubt. Aber habe ich letztes Mal gesehen. Also, da sind wirklich noch ein paar Drops dabei. Ja, die kann man sich nochmal anschauen. Und wir haben hier nur Effekte oder irgendwie sowas bekommen. Ja, ich habe Sprungkraft gekriegt. Ja, ja. Beats Lucky Block. Nichts. Nee, ein Drachenei. Oh, danke. Ja, das war der Drop, den wir noch brauchten. Ein Drachenei. Oh, ich habe ein Medikit bekommen, Ben. Zwei Medikit sogar. Was kann das? Ja, wahrscheinlich heilt mich das, oder? Würde ich jetzt sagen. Wie so ein... Keine Ahnung. Oh mein Gott. Vielleicht wie so ein Trank. Ein Direktheilungstrank. Allerdings, dass man nicht warten muss, sondern es wirklich direkt heilt. Also, ich probiere das Medikit später auf jeden Fall mal aus. Oh. Jawohl. Rainbow Gems. Die sind auch geil. Shade. Und jetzt haben wir nicht mehr viel. Also, wir gucken nochmal in unseren Rucksack. Genau, wir haben nur noch eine Mini-Reihe an Lucky Blöcken. Nicht mehr viele. Oh, was ist das? Eine Lucky Random Potion. Die ist bunt und hatte ich noch nicht. Die trinkt man, glaube ich. Aber die kann man aufwerten. Ich werte die safe auf. So, jetzt haben wir da plus 100 drauf. Jawohl. Okay, machen wir so. Werden wir später auf jeden Fall ausnutzen. Und, was ist das? Das ist nochmal. Nuclear. Alter. Moment, wir haben gerade eine getestet. Jetzt machen wir das nochmal. Hey, meine Rüstung. Toll. Ist die kaputt gegangen? Nein. Oh. Alter. Nee, ich pass nicht. Oh, Mann. Alter, die ist ja krass. Hey, dein Helm ist cool, ne? Was ist das für ein Helm? Das ist eine Beatshelm. Jetzt die letzten beiden Infinity Lucky Blöcke hier in unserem Inventar. Der erste hat einen zweiten gedroppt. Wow. Und der zweite dropped. Was ist das? Ein Riesen. Das ist ein Riesenpisten. Pisten wahrscheinlich. Meinst du, da ist was drin? Locker. Yo, wie er geiert. Yo, erstmal schön hier. Ja, brauche ich hier nicht. Ich habe dir den Weg freigeräumt. Das war eine nette Geste. Ja, als ob ich es nicht könnte. Was ist hier? Nichts als ob. Aber eine Plattform, auf der uns Ben nicht stören kann. Wir haben nämlich noch genau vier Lucky Blöcke. Oh, das sind die vier. Gewittert. So, Lucky Block Galaxy und... Oh, schmiert er das aufs Brot. Wir haben einen Galactic Dissembler. Oh, Mann. Wieso lachst du so, Ben? Oh, paar Bomben. Sehr nice. Wieso lachst du? Ja, weil das so komisch geschrieben ist. Oh, Random Bomb Launcher. Oh, ich dachte gerade, ein Lucky Block hat dieses Hotel erschaffen. Aber das gehört jetzt auch nicht. Alter, wie geil. Alter. Yo, ist das OP. Was war das? Alter, das ist eine Random Bomb Launcher. Ach so. Hey. Guck dir das mal an. Yo. Alter. Wie das weggeflogen ist. Yo, guck dir das mal an. Und? Junge. Okay, das wird geil. Oh, das spawnen noch mehr. Krasse Scheiße. Okay. Wir rüsten uns jetzt aus und dann gibt es in diesem riesigen Dubai Hotel ein megamäßiges Battle. Ach ja, übrigens Leute. Wir haben aus dieser Chest unten nach dem MLG Jump haben wir noch ein Ender Apple und ein Lucky Spawn Egg bekommen. Den will ich jetzt mal... Oh, ich weiß nicht. Ich glaube, ich teste den lieber im Kampf aus. Ich habe keine Ahnung, was da rauskommen kann. Oder soll ich den jetzt aus? Da kommt locker nur eine Kuh raus oder so. Leute, es ist soweit. Wir können kämpfen. Einziges Problem, was ich habe. Ich habe so viele Sachen und ich werde nicht alle benutzen können. Nie im Leben. Also never. Aber, ja gut. Trotzdem werden wir unser Bestes geben. Ben, ich wünsche dir viel Glück. Du bist unsichtbar. Alter, ich weiß. Ich habe echt keinen Plan, wo du bist. Ich wünsche dir aber viel Glück. Und ja, ich würde sagen, das erste Battle beginnt in... Hey, ich bin gar nicht unsichtbar. Du stehst hinter mir und machst du One-Hit. Nein, ich bin gar nicht unsichtbar. 3, 2, 1, go. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wo bist du? Mann, hier, nimm das und nimm das. Ach du Scheiße. Alter. Überlebe ich das? Alter, ich habe es überlebt. Alter. Ja gut, jetzt ist unsere Plattform tot. Das war so sinnlos. Ich ziehe mir die Rüstung an. Kein Bock mehr. Tschüss. Ach, da bist du. Okay. Oh, fuck it. Alter, lass du da in der Hand. Oh, war das eine heftige Explosion. Und die hat mich ja bis zum Mond ge... Oh. Juckt mich herzlich wenig, wie du siehst. Juh. Wie denn, dass er einmal hochfließt. Oh, nee. Oh, ja. Tschüssi. Oh, ja. Oh, nein. Alter. Alter. Wie krass. Ja, stimmt, Alter. Ohne Wasser wäre es aber echt geil. Ey, kann ich dich damit überhaupt hitten? So, der ist aber okay. Wo bist du? Oh. Alter. Jetzt hör auf. Hey. Hey, hör da rauf. Der des Samtos ist irgendwie doch nicht krass, glaube ich. Der macht doch nur acht Schaden, oder nicht? Ja. Nein. Was hat das? Hast du geswitcht? Okay, mein OP Dr. Banks Schwert ist ein bisschen besser. Oh, man. OP Dr. Banks Schwert? Was hat der? Der für Godly. Oh, fuck. Leute, zweites Battle könnte eigentlich beginnen. Ich zeige euch nochmal ganz kurz. Wir haben hier die Zeus-Chest... Äh, äh. Zeus-Chestblade an. Werden jetzt aber switchen zur God-Chestblade. Oh, nee. Vielleicht ist sie ein kleines Stückchen besser. Wer weiß. So, Artemis Legends ist auch unser Störber. Rainbow Boots haben wir uns angezogen. Davor hatte ich Sirius an. Kein Riesenunterschied. So. Jetzt haben wir aber noch die ganzen Potions. Also, ich will jetzt auf jeden Fall nicht sterben. Alles andere... Äh, also, es wäre schon nicht gut, wenn ich jetzt sterben würde. Die Flash Potion. Die Usain Bolt Potion zum Beispiel noch. Okay. Drei, zwei, eins. Eigentlich kann Romeo's das Battle beginnen. So. Das ist voll die mickrige Waffe. Kann das sein? Ja, ich habe keine gute Waffe. Ey, aus dem... Aus dem Lucky Spawn-Eck kam eine Spinne, die einfach despawned ist. OP-Spinne. So, ich habe aber Angst. Was? LOL. Als ob. Hä, wie? Yo. Ich habe nicht mal was gegessen. Hä? Wie habe ich das denn gemacht? Meine ganze Rüstung ist im Arsch. Yo, geil, Alter. Wie? Wie hast du das gemacht? Vielleicht die God-Chestblade? Ah ja, weil du Dawn hast, safe. Yo, Dawn-Godly. Alter, geil. Nice, scheiße. Dann beginnt jetzt das allerletzte OP-Battle. Okay, ich wünsche dir wirklich viel Glück. Ich wünsche dir auch viel Glück, du wirst es brauchen. Ja, werde ich mal eine Sekunde hier. Ich habe so viele Potions, bis ich die ausgetrunken habe. Oh, schade, ich wollte die Cloud. Okay, let's go. Es kann losgehen. So, hier nochmal. Was für Beats ohne TNT, weißt du? Geht meine Rüstung jetzt kaputt? So, hier haben wir noch eine. Die Beats ist easy, Potion. Mann, Mann, Mann. Oh mein Gott, ich habe Angst. Mann, oh, fuck it. Ich würde dich nur einmal hitten. Ich habe Angst, dass ich dann sterbe. Fuck, fuck, fuck. Ich habe keinen Plan, was ich machen soll. Okay. Oh, fuck. Sag hallo zu meiner Potion. Oh. Was? Ja. Ich habe schon getroffen, oder? Ja, ein bisschen. Hey, das war eine Insta-Kill-Potion. Yo, als ob ich sie überlebt habe. Der Bogen hat mega viele Pfeile geschossen, warum auch immer. Die sollten eigentlich rankommen jetzt. Alter, was war das? Ich weiß es nicht, wurde ja durchgebracht oder so. Ach nee, irgendwas gespawnt. Und? Mann. Oh Mann. Mann, als ob du den Hit als erstes bekommen hast. Schade. Okay, was war das für ein Schwert am Ende? BG, äh, hefeißtes Schwert. Aber ich hatte noch stärkeres. 750 Damage und 3000 Damage. Alter, und ich hatte 33 Damage. 32 sogar. Mann. Superman Beats sagt Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Danke Dr. Banks fürs Teilnehmen. Schaut bei ihm vorbei. Abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Morgen geht's weiter. Bis dahin. Ciao, ciao. Daumen nach oben. Nicht vergessen, euer Beats. Tschüss. Tschüss. Tschüss.